Willkommen bei Mathe mit Rick. Wir bereiten uns wieder langfristig aufs Abi vor bzw. wir bereiten uns aufs Abi vor, je nachdem, wo wir jetzt gerade im Lernprozess stehen. Es geht wieder um Stochastik, heute mit einer schönen Aufgabe zum Thema Baumdiagramm. Das ist ja so ein Standard Aufgaben-Typ, ein Aufgaben-Typ, der vielen Schülerinnen und Schülern auch liegt. Wirklich wichtig. Mit dem Baumdiagramm kann man sehr schön mehrstufige Zufallsexperimente modellieren und eine Aufgabenstellung standardmäßig könnte wie folgt aussehen. In einer Box liegen drei rote und fünf blaue Kugeln. Drei rote und fünf blaue Kugeln. Du ziehst zweimal mit Zurücklegen. Berechne die Wahrscheinlichkeit für die folgenden Ereignisse. Ereignis E1, beide Kugeln sind rot. Ereignis E2, beide Kugeln sind gleichfarbig. Und Ereignis E3, die erste Kugel ist blau. Das sind die drei Ereignisse, deren Wahrscheinlichkeit wir berechnen wollen. Wie immer, kurze Einladung, pausiere bitte das Video und löse die Aufgabe einmal selbstständig. Und danach kannst du dir meine Lösung anschauen. Jetzt bitte einmal das Video pausieren. Und dann schauen wir uns meine Lösung an. Step 1, erstelle ein Baumdiagramm. So sieht das aus. Beschreiben das mal. Ich habe hier einmal R und einmal B. Steht für eine rote Kugel wird gezogen und eine blaue Kugel wird gezogen. Und an die einzelnen Äste schreibe ich jetzt jeweils diese Wahrscheinlichkeiten dran. Drei Achtel. Drei Achtel ist die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Zug eine rote Kugel gezogen wird. Fünf Achtel ist die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Zug eine blaue Kugel gezogen wird. Das sind Laplace-Wahrscheinlichkeiten. Die Mächtigkeit der Menge R ist drei. Die Mächtigkeit von Omega ist acht. Als Wahrscheinlichkeit ergibt sich drei Achtel. Analog dazu ergibt sich für die Menge B oder für das Ereignis B die Wahrscheinlichkeit fünf Achtel. Und es ist völlig egal, was jetzt passiert. Also ob ich sozusagen im ersten Zug rot oder blau ziehe. Die Wahrscheinlichkeiten für den zweiten Zug sehen genauso aus, weil ich die Kugel hier wieder zurücklege. Also auch in dieser zweiten Ebene entstehen eben diese Laplace-Wahrscheinlichkeiten drei Achtel und fünf Achtel. Drei Achtel die Wahrscheinlichkeit für eine rote Kugel, fünf Achtel die Wahrscheinlichkeit für eine blaue Kugel und zwar unabhängig davon, was im ersten Zug passiert ist. Und so entsteht dem Tier dieses zauberhafte Baumdiagramm. Das kannst du von links nach rechts oder von oben nach unten zeichnen. Das ist völlig egal. Baumdiagramm ist nur ein Hilfsmittel, um letztendlich diese Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Step 2 heißt dann, wende die Pfadregeln an. Es gibt zwei Pfadregeln, die wichtig sind und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier zunächst mal das Ereignis E1, dessen Wahrscheinlichkeit wir berechnen wollen. Das war ja, dass die beiden Kugeln rot sein sollen. Ich habe hier also diesen roten Pfad, den ich entlang schreiten muss. Also von, naja, ganz links die Box in die Graien greife. Ich ziehe zunächst mal eine rote Kugel und dann ziehe ich, nachdem ich die rote Kugel gezogen und diese wieder zurückgelegt habe, noch mal eine rote Kugel. Da habe ich quasi diesen Pfad mit den drei Achteln und noch mal diesen Pfad mit den drei Achteln und die erste Pfadregel lautet, wann immer du entlang eines Pfades dich bewegst, multiplizierst du die Teilwahrscheinlichkeiten. Wir rechnen also drei Achtel mal drei Achtel. Drei Achtel mal drei Achtel, das sind neun vierundsechzigstel, circa 14 Prozent, also um und bei 0,14. Reicht mir so aus, wenn du das jetzt die Malzahl schreibst, weil es jetzt hier nicht weiter vorgegeben ist, wie die Wahrscheinlichkeit anzugeben ist. Wichtig ist diese Pfadregel. Entlang eines Pfades multiplizieren wir die beiden Laplace-Wahrscheinlichkeiten drei Achtel und drei Achtel. Es entsteht das Ergebnis neunsechzigstel. In Zeile 4 berechne ich die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis E2. Das war ja, beide Kugeln sollen gleichfarbig sein. Gibt es also die Möglichkeit, dass die Kugeln beide rot sind oder beide blau sind. So, diesen roten Pfad, den haben wir ja in Zeile 3 beim Ereignis E1 schon berechnet. Hinzu kommt jetzt noch dieser blaue Pfad. Da habe ich also den roten Pfad und den blauen Pfad. Um den roten Pfad zu berechnen, rechne ich drei Achtel mal drei Achtel, erste Pfadregel, entlang eines Pfades. Für den blauen Pfad multipliziere ich ebenfalls fünf Achtel mal fünf Achtel, auch wieder erste Pfadregel. Und um die beiden Pfade zusammenzuführen, brauche ich die zweite Pfadregel. Die sagt, wenn ich Pfade zusammenführen möchte, muss ich addieren. Ja, also rot mal rot plus blau mal blau. Berechne zunächst die Wahrscheinlichkeit für rot rot. Drei Achtel mal drei Achtel. Erste Pfadregel. Dann multipliziere ich die beiden blauen Wahrscheinlichkeiten miteinander. Fünf Achtel mal fünf Achtel. Und um diese beiden Pfade rot und blau zusammenzuführen, in orange dargestellt, muss ich addieren. Dann habe ich drei Achtel mal drei Achtel plus fünf Achtel mal fünf Achtel. Ich komme auf 34 64. circa 0,53. Ja, entlang eines Pfades mal und Pfade zusammenführen plus. Ja, das sind die beiden Pfadregeln, die wichtig sind. In Zeile 5 möchte ich noch die Wahrscheinlichkeit von mein eigenes E3 berechnen. Die erste Kugel soll blau sein. Ja, zwei Pfade habe ich mir überlegt. Blau-rot und blau-blau. Heißt ja, erste Kugel ist blau. Heißt ja, blau-rot und blau-blau. Dann habe ich also fünf Achtel mal drei Achtel. Erste Pfadregel. Plus fünf Achtel mal fünf Achtel für diesen zweiten Pfad hier. Komme ich schlussendlich auf fünf Achtel. Und das ist ja auch klar. Denn fünf Achtel ist ja auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die erste Kugel blau ist. Ich musste die Pfadregeln eigentlich gar nicht anwenden. Muss ich nicht. Denn ich kann einfach sagen, erste Kugel blau, Wahrscheinlichkeit des fünf Achtel. Fertig. Aber danach passiert es nicht so wichtig. Ich kann aber auch ganz gewöhnlich alle Möglichkeiten eben abstecken und dann die Pfadregeln anwenden. Du siehst ja in dieser Rechnung, dass man fünf Achtel ausklammern kann. Dann hätte man fünf Achtel mal Klammer auf drei Achtel plus fünf Achtel wäre fünf Achtel mal eins. Wäre ebenfalls fünf Achtel. Egal wie, Wahrscheinlichkeit für E3 ist fünf Achtel. Circa 0,63. So kannst du das lösen. Mehrstufige Zufallsexperimente mit so einem Baumdiagramm modellieren. Immer eine coole Sache. Besonders easy ist es, wenn wir die Kugeln wieder zurücklegen. Also wenn sich die Wahrscheinlichkeiten in diesen verschiedenen Ebenen nicht verändern. Jetzt kann es aber passieren, dass wir die Kugel eben nicht zurücklegen. Dann hätten wir einen mehrstufigen Zufallsversuch ohne zurücklegen. Schauen wir uns auch noch an. In einer Box liegen drei rote und fünf blaue Kugeln. Du ziehst zweimal ohne zurücklegen. Die Wahrscheinlichkeiten verändern sich dann, weil wir eine Kugel entnehmen und das Setting dann ein anderes. Aufgabe ist wieder die gleiche. Berechne die Wahrscheinlichkeit für die folgenden Ereignisse. E1, beide Kugeln sind rot. E2, beide Kugeln sind gleichfarbig. E3, die erste Kugel ist blau. Step 1 lautet wieder, erstelle ein Baumdiagramm. Wieder, genauso wie gerade, wir zeichnen ein schönes Baumdiagramm. Die Betonung liegt auf schön. Jetzt verändert sich das Setting für den zweiten Zug. Sagen wir mal, wir haben eine rote Kugel gezogen. Dann haben wir danach nicht mehr acht Kugeln in der Box, sondern nur noch sieben. Und wir haben nicht mehr drei rote Kugeln, sondern nur noch zwei. Das heißt, nachdem wir eine rote Kugel gezogen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, eine zweite rote Kugel zu ziehen, nur noch zwei Siebte. Die Wahrscheinlichkeit, eine blaue Kugel zu ziehen, ist bei fünf Siebte, weil immer noch fünf Kugeln drin sind, die blau sind. Und insgesamt haben wir sieben Kugeln. So verändern sich quasi die Wahrscheinlichkeiten. Relativ intuitiv, schau einfach drauf, dass du im Nenner eins abziehst und im Zähler bei dem Ereignis, das irgendwie im ersten Zug schon eingetreten ist. Und so entstehen hier diese einzelnen Laplace-Wahrscheinlichkeiten an diesen Ästen. Jetzt machen wir es wie gerade. In Step 2 wenden wir die Pfadregeln an. So läuft es immer. Step 1 Baumdiagramm, Step 2 Pfadregeln. Wahrscheinlichkeit vom Ereignis E1 ist wieder rot-rot. Hier haben wir jetzt drei Achtel mal zwei Siebte. Wieder erste Pfadregel multiplizieren. Es entsteht eine Wahrscheinlichkeit von 6,56. ca. 11%, also 0,11. Weniger als gerade ist aber auch klar, denn beim zweiten Mal ziehen haben wir weniger rote Kugeln in der Box. Wahrscheinlichkeit vom Ereignis E2 wäre rot-rot und blau-blau. Wir haben dann drei Achtel mal zwei Siebte ist der erste Pfad. Wieder erste Pfadregel. Und für den blauen Pfad haben wir fünf Achtel mal vier Siebte der blaue Pfad. Auch wieder erste Pfadregel. Und um diese beiden Pfade zusammenzubringen, müssen wir addieren. Wir haben dann letztlich drei Achtel mal zwei Siebte plus fünf Achtel mal vier Siebte. Es entsteht 26,56. Ca. 46% um und bei 0,46. Ganz zauberhaft. In Seile 5 wieder die Wahrscheinlichkeit für E3. Die erste Kugel ist blau. Wäre wieder blau-rot und blau-blau. Können wir wieder genauso auffädeln, wie wir das gerade gemacht haben. 5 Achtel mal drei Siebte für den Pfad blau-rot und 5 Achtel mal vier Siebte für den Pfad blau-blau. Ist wieder genau das Gleiche. Es kommt auch wieder 5 Achtel, also ca. 63% raus. 0,63. Naja, und es ist ja auch so, es ist völlig egal, ob wir die Kugel zurücklegen oder nicht, weil es nur um diese erste Kugel geht. Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Mal ziehen eine blaue Kugel zu erhalten, liegt eben bei 5 Achtel. Völlig egal, ob ich das Ding wieder zurücklege oder nicht. Ja, das ist wichtig. Baumdiagramme kannst du also verwenden, wenn Zufallsexperimente mehrfach ausgeführt werden. Aber schön darauf achten, wir müssen ein Baumdiagramm auch zeichnen können. Das heißt, es muss irgendwie auf unser A4-Blatt passen. Das heißt, wenn jetzt ein Zufallsexperiment 10, 15 oder 20 Mal ausgeführt wird, passt es wahrscheinlich eher nicht so gut. Ja, also ich sag mal, wenn wir jetzt aus einer Box Kugeln ziehen, 2, 3, 4, 5 Mal vielleicht, ja, dann ist das Baumdiagramm nicht weit. Wichtig sind die Pfadregeln. Entlang eines Pfades werden die Wahrscheinlichkeiten multipliziert und um Pfade zusammenzuführen, kannst du die Wahrscheinlichkeiten addieren. Entlang eines Pfades mal, um Pfade zusammenzubringen, plus. Das sind die beiden Pfadregeln. Nicht besonders kompliziert. Und an den einzelnen Ästen des Baumdiagramms stehen jeweils Laplace-Wahrscheinlichkeiten. Ja, das ist auch noch wichtig. Cool. Ziemlich nicer Aufgabentyp. Kann man immer schön zeichnen. Das ist eine schöne Sache. Häufig sehr intuitiv, häufig sehr easy. Nice. Auf jeden Fall guter Standard der Stochastik. Wenn du dich für noch mehr Aufgabentypen der Stochastik interessierst, schau gern in die gesamte How-To-Mathe-Abi-Stochastik-Playlist hinein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da freue ich mich auf dich. Lass es uns angehen. Lass uns die beste Mathe-Abi deines Lebens schreiben. Halte durch und lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.